Ich habe euch in den letzten Monaten etwas verheimlicht. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich dieses Video starten soll, wo ich anfangen soll, wie ich es verpacken soll. Ja, mir fällt es tatsächlich auch schwer, darüber zu reden und ja, wahrscheinlich werde ich auch mehrere Takes brauchen für die verschiedenen Ansätze und verschiedene Cuts. Also verzeiht mir, dass es vielleicht ein bisschen mehr Cuts in diesem Video sind. Aber wie gesagt, ich möchte es gut verpacken und rüberbringen, aber auch nicht zu viel auf dieses, was passiert ist vor drei Monaten. Ja, möchte ich jetzt auch nicht zu krass eingehen, weil es doch sehr privat war. Aber ja, jetzt rede ich um den heißen Brei. Ich sage es jetzt einfach. Also ich weiß nicht, wie viel to take das ist, weil ich denke mir immer, das kannst du nicht so sagen. Ich habe auch Nervennahrung hier, Erdbeeren mit Honig. Das fällt mir so schwer. Ja, also mir ist etwas vor drei Monaten widerfahren, was ich so in meinem Leben noch nicht erfahren musste und ja, aber es jedem passieren kann. Und ja, ich bin vor drei Monaten arbeitssuchend geworden. Genau, jetzt ist es raus. Ihr wisst, dass ich ja im Dezember in die Schweiz gekommen bin und man kann ja nur in die Schweiz kommen mit einem neuen Job oder mit einem Job. Und ja, nach zwei Monaten während der Probezeit, dafür ist die Probezeit ja auch da, hat sich halt herauskristallisiert von beiden Parteien, dass es einfach nicht passt. Ich werde auch nicht näher darauf eingehen, wieso, weshalb, warum. Es ist einfach so gekommen und ich war fein damit und ja, dementsprechend ja, seit Anfang Februar, seit 1. Februar war ich dann arbeitssuchend hier in der Schweiz. Ja, die Betonung liegt auf wahr, denn ja, ich bin eben nach Hause gekommen und jetzt ist es offiziell. Ich habe meinen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben, auch hier in der Schweiz, aber dazu kommen wir dann später. Ja, wie gesagt, ich war drei Monate arbeitssuchend in der Schweiz und ihr werdet wahrscheinlich viele Fragen haben. Ich werde in den nächsten Tagen auch ein Q&A auf Instagram starten und da könnt ihr mir gerne Fragen stellen, die jetzt nicht zu persönlich sind bezüglich, was in der alten Stelle passiert ist oder was die neue Stelle betrifft. Denn ich werde in Zukunft auch das ganze Thema Arbeit hier nicht ganz so krass thematisieren, wie es vielleicht vorher mal war. Das hat auch seine Gründe, dazu komme ich auch gleich. Wie ist es mir ergangen in den letzten drei Monaten? Wie gesagt, es fällt mir sehr schwer, darüber zu sprechen. Ich habe natürlich finanzielle Unterstützung von der Schweiz hier bereits bekommen. Also ich war Arbeitslosengeld, durfte ich bekommen sozusagen, wenn man das so ausdrücken kann. Und das liegt daran, dass die Schweiz mit Europa ein Abkommen hat und dementsprechend war ich finanziell schon etwas abgesichert und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Und natürlich wussten es auch meine engere Familie, mein Freund und auch meine engsten Freunde, wussten natürlich von meiner Situation. Ich habe es denen auch sehr relativ schnell erzählt und habe von denen auch eine tolle Unterstützung bekommen. Also ja, da kann ich sagen, ich habe wirklich ganz, ganz tolle Freunde und auch Familie und mein Freund, ja, haben mich alle mental unterstützt und mich durch die Zeit gebracht. Aber in solchen Situationen merkt man auch, welche Freunde wirklich für einen da sind und welche vielleicht nur, wie soll ich das jetzt nett ausdrücken, so, ja, naja. Also es gibt Freunde, die sind für einen da und unterstützen einen in solchen Situationen und es gibt dann Freunde, wo man dann merkt, nee, das ist dann doch nicht so das Wahre. Also, ne, werde ich auch nicht darauf eingehen, aber solche Situationen sind immer ganz gut, um, ja, Freundschaften zu stärken und zu festigen oder halt dementsprechend auflösen zu lassen. Ja, vielleicht ist dem einen oder anderen tatsächlich auch sowas aufgefallen oder hat sowas vermutet, denn auf Social Media habe ich ja über das Thema gar nicht mehr gesprochen, über das Thema Arbeit, dass ich von der Arbeit, zur Arbeit gehe oder von der Arbeit komme. Deswegen ist es vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen oder hat es vermutet, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, ich war natürlich auf AIDA, aber den Urlaub hat mir tatsächlich schon gebucht, als ich noch gearbeitet habe. Deswegen, ja, aber es haben auch andere geschrieben, ja, schon wie im Disneyland unter der Woche, so viele Urlaubstage in der Schweiz. Da schließt sich der Kreis, aber ich werde trotzdem auch zum 12. April nach Disneyland gefahren und mir freigenommen. Also, so ist es nicht. Klar, man hat nur 25 Urlaubstage in der Schweiz, die man sich gut einteilen muss. Aber ja, vielleicht ist es dem einen oder anderen, wie gesagt, aufgefallen. Und jetzt kommen wir leider zum negativen Punkt, weil ich tatsächlich auch einige sehr böse Kommentare auf YouTube bekommen habe, die es schon geahnt haben oder vermutet haben, keine Ahnung. Die sind natürlich nie in die Öffentlichkeit gekommen, weil ich die vorher natürlich gesperrt und blockiert habe und die Kommentare auch nicht durchgegangen sind. Man kann bei YouTube einstellen, dass jeder Kommentar durch mich überprüft wird und von anderen gar nicht gesehen wird. Und es waren tatsächlich nicht nur ein Kommentar, es waren mehrere Kommentare von verschiedenen Accounts, die ich dann immer wieder blockiert habe. Aber naja, auf jeden Fall geht kein Kommentar durch, der nicht von mir überprüft wird. Und ich weiß natürlich, wenn jetzt wieder einige Daumen nach unten kommen und auch wieder blöde Kommentare. Das ist leider der Nachteil bei Social Media, wenn man immer mehr in der Öffentlichkeit steht auf Social Media. Und damit muss ich auch leben und umgehen können. Dennoch finde ich, denke ich immer, haben die Menschen wirklich nichts anderes zu tun, als das Leben von anderen zu analysieren und dann so zu hetzen und negative Stimmung zu verbreiten. Also da denke ich mir, beschäftigt euch da einfach mit eurem Leben, wenn es zu langweilig ist, dann sucht euch ein Hobby. Aber geht doch anderen Menschen nicht so auf den Keks. Und naja, aber es wird immer so Menschen geben, leider auf Social Media, die einen so runter machen wollen und negative Kommentare verbreiten. Mit denen müssen wir alle umgehen können. Und wie gesagt, es wird auch ein bisschen auf dieses Video einige Kommentare geben, die ich dann bekommen werde oder Daumen nach unten. Ja, so what? Ja, jetzt fragt ihr euch ein bisschen, was habe ich denn so drei Monate lang gemacht? Ich war natürlich viel auch in Deutschland, in meiner alten Wohnung, die ich ja immer noch habe. Da kamen natürlich auch einige Fragen, was denn mit der Wohnungssituation hier in der Schweiz ist. Ja, Wohnungssuch habe ich natürlich erstmal pausiert, weil ich hatte natürlich da geguckt, wo ich gearbeitet habe. Das hat ja, mein Arbeitsort hat sich jetzt tatsächlich verändert. Er ist viel näher an der Wohnung jetzt, wo ich hier wohne. Und aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Und ja, möchte jetzt natürlich auch wieder die Probezeit abwarten, dass es auch das für beide Seiten positiv hinausläuft, bevor ich mir hier wieder eine Wohnung miete. Das war tatsächlich der Vorteil, dass ich hier keine hohen Kosten hatte, da ich ja immer noch bei meinem Freund wohne. Und ja, was habe ich so gemacht die letzten drei Monate? Ich hatte natürlich vom Arbeitsamt Verpflichtungen hier in der Schweiz, die Sachen, die ich erfüllen musste. Und ja, war sonst viel in Deutschland, in meiner alten Wohnung, habe Zeit mit Familie und Freunden verbracht. Und habe natürlich Bewerbungen geschrieben, damit sich die Situation dann auch bald ändert. Und ja, die hat sich dann nach drei Monaten, exakt nach drei Monaten geändert. Ja, ich habe es ja gesagt am Anfang des Videos, ich habe eben meinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Deswegen kann ich jetzt dieses Video auch machen. Und, aber ich werde jetzt auch nicht zu detailliert auf das Thema, wo ich, also wo schon, aber was und wie und wer und keine Ahnung. Das ganze Thema werde ich in Zukunft hier auch ein bisschen bedeckter halten. Und das ging jetzt tatsächlich sehr, sehr plötzlich. Also ich hatte mein erstes Vorstellungsgespräch bei dieser Firma vor drei Wochen. Und dann wurde ich direkt zum zweiten eingeladen vor Ort, drei Wochen später. Das heißt, es war schon ein Zeitraum dazwischen. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Also am Montag war ich da zum Vorstellungsgespräch. Und Mittwoch sollte ich dann eigentlich Bescheid bekommen. Aber die haben mich am Dienstag schon gemeldet, dass sie mich gerne haben möchten. Und ja, heute ist Donnerstag, wenn ich das Video aufnehme. Ja, Arbeitsvertrag ist eingetütet und es geht direkt schon am Dienstag los. Ja, also Arbeitsvertrag beginnt am 1. Mai. Aber 1. Mai ist hier im Kanton Zürich, wo ich dann auch arbeiten werde. Also ich war vorhin im anderen Kanton. Jetzt bin ich im Kanton Zürich und der hat den 1. Mai auch als Feiertag. Das heißt, 1. Mai bin ich eh noch in Zermatt mit meinem Freund. Also wenn ihr das Video seht, sind wir gerade auf dem Rückweg. Oder sind schon zu Hause. Mal gucken. Genau, da ist hier noch Feiertag. Das heißt, mein erster Arbeitstag wird der 2. Mai sein. Also der Dienstag. Und wie gesagt, dass es jetzt so schnell ging, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und das ist tatsächlich nur ein bisschen surreal für mich. Also, dass ich von einer Woche auf die andere dann wieder arbeiten gehe. Regulierte Aufstehzeiten, Arbeitszeiten. Man hat sich dann tatsächlich an das Leben schon so ein bisschen gewöhnt, die 3 Monate. Muss ich ehrlich zugeben. Klar, irgendwann muss es ein bisschen so zwischendurch mal so. Mein Freund wollte mich schon rausschicken. So, mach was. Du kannst nicht zu Hause sitzen. Du bist kein Mensch für, bin ich auch nicht, der die ganze Zeit zu Hause sitzt und vorm Fernseher. Und irgendwann versacke ich dann. Und dann kriege ich auch tatsächlich schlechte Laune. Und so, also ich bin tatsächlich ein Mensch, der raus muss. Und mein Freund wollte mich schon irgendwo hinschicken und dass ich einen zweiten YouTube-Kanal eröffne. Auf Englisch, die irgendwie die Städte in der Schweiz bereist. Also der hatte schon die wildesten Ideen, um halt mich bei Laune sozusagen zu halten. Weil, ja, der ist tatsächlich nicht so meins. Ich hätte natürlich jetzt auch alle möglichen Freizeitparks besuchen können der Welt, aber erst dann braucht man das Geld dafür. Und zweitens hätte ich dann vorher schon mit der Sprache rausrücken müssen, sonst wäre es natürlich sehr offensichtlich gewesen. Ja, also das waren so die letzten 3 Monate. Habe ich wirklich genossen. Also man kann nicht anders sagen, war schon sehr entspannt. Und, ja, hat mir tatsächlich auch sehr gut getan. Ja, ich bin tatsächlich auch froh, jetzt mit der Sprache rausrücken zu können. Denn, ähm, ich hatte auch am Anfang überlegt, sagst du es direkt, vielleicht interessiert sie einen oder anderen, wie es ist, arbeitslos in der Schweiz zu sein. Ähm, könnt ihr mir ja immer noch jetzt Fragen stellen. Wie gesagt, ich mache ein Q&A auf Instagram, könnt ihr mir gerne eure Fragen stellen. Wie gesagt, wenn es nicht zu detailliert ist, dann, ähm, dann beantworte ich sie natürlich in dem Q&A. Und ihr könnt auch generelle Fragen dann stellen. Das haben wir nämlich lange nicht mehr gemacht. Ich habe noch gar nicht gesagt, was ich mache. Ich habe nur gesagt, am 1. Mai habe ich meinen Arbeitsvertrag. Also, wie gesagt, ich werde nicht zu genau, zu detailliert drauf eingehen. Ich bin dann, ab 1. Mai, Business Analyst bei einer Firma, die am Flughafen Zürich arbeitet. Mehr werde ich dazu nicht sagen. Nicht welche Firma. Ähm, am Flughafen sind natürlich mehrere Firmen. Und deswegen kann ich so breit gefächert halten. Und auch die Stelle ist jetzt, ähm, ja, nicht zu detailliert ausgesprochen. Also, wie gesagt, ich werde jeden Tag zum Flughafen fahren. Das freut mich nämlich sehr, denn hier von der Wohnung von meinem Freund ist es tatsächlich nur, ähm, fünf Minuten mit der S-Bahn. Und, ähm, ja, knapp 15 Minuten mit der Tram. Also, mit der oberen, ja, die heißt hier halt Tram. Fährt ein bisschen langsamer. Und, ähm, habe einen kürzeren Arbeitsweg, was mich wirklich sehr freut. Ähm, und muss nicht ständig mit dem Auto irgendwo hinfahren und im Stau stehen. Ähm, das war tatsächlich auch mal bei dem vorigen Job immer sehr, sehr anstrengend, abends im Stau nach Zürich reinzustehen. Das wird jetzt auf jeden Fall gemütlicher. Die Tram fährt alle sieben Minuten, hier fast vor meiner Haustür. Und, äh, ja, eigentlich sehr entspannt. Und, ja, ich bin, ich freue mich auf den Start nächste Woche. Und jetzt ist es raus. Jetzt habe ich es gesagt. Und, ähm, ja, bin gespannt. Ihr werdet eure Meinung bestimmt auch unten in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ähm, wenn es zu beleidigen wird, dann könnt ihr euch das auch sparen. Ansonsten, ja, bin mal gespannt, was ihr so darüber sagt. Ob ihr es geahnt habt oder, oder nicht. Ja, ansonsten, glaube ich, habe ich nicht mehr viel zu erzählen. Ich kann noch ein bisschen über die Planung, äh, über den Mai jetzt erzählen. Weil, ähm, ich hatte tatsächlich ein bisschen was anderes geplant, ähm, im Mai. Also ein bisschen was anderes ansonsten, ähm, ja, aber ich muss mein Handy dafür, mein Kalender. Äh, aus dem Stehgreif kann ich das nicht so sagen. Ja, ihr merkt, ich bin noch so ein bisschen durch den Wind. Äh, es ging jetzt alles so schnell in den letzten Tagen. Und, ähm, ich brauche noch ein bisschen Zeit, das tatsächlich zu verarbeiten. Ich freue mich auf das Wochenende jetzt mit meinem Freund, äh, in Zermatt. Wir fahren am Samstag los und bleiben bis Montag. Zwei Übernachtungen, haben ein schönes Hotel. Und, äh, ja, Zermatt sieht einfach wunderschön aus. Und, äh, da werde ich tatsächlich auch einen Vlog draus machen. So ein bisschen euch mitnehmen. Und euch mal unser Zimmer zeigen und was man so im Zermatt machen kann. Aber wir werden auch sehr viel Zweisamkeit genießen. Genau. Und dann geht's ja am 2. Mai dann los. Und eigentlich hatte ich in dieser Woche, also in der Woche, wo das Individo jetzt online geht, geplant schon, früher ins Disneyland zu fahren. Und zwar eigentlich am 3. Mai. Oder am 2. Mai abends. Das war jetzt noch nicht so entschlossen, weil ich erstmal natürlich gewartet habe, was diese Woche rauskommt, ähm, mit der Arbeit. Deswegen hatte ich noch nichts festgebucht, aber so im Kopf gehalten. Und, äh, eigentlich wollte ich, wie gesagt, zur, äh, Jahreskarteneröffnung von It's a Small World am 3. Mai da sein. Und am 4. Mai zu, ähm, May the 4th, May the 4th, also der Star Wars Tag, ist ja dann im Disneyland Paris am Donnerstag. Und am 5. abends kommen ja Sven und Daniel und dann wollten wir eh das Wochenende zusammen verbringen. Ja, das ist jetzt ein bisschen anders. Ähm, natürlich muss ich jetzt unter der Woche arbeiten. Das heißt, nix May the 4th, nix It's a Small World Eröffnung für Jahreskarteninhaber. Ja, Arbeit geht jetzt halt dann vor. Ähm, und ich bin aber dem Wochenende da. Das heißt, ich habe jetzt einen Flug gebucht. Äh, Freitagabend nach der Arbeit geht es für mich dann, ähm, Richtung Paris. Und, ähm, ja, bin dann bis Sonntag da mit Sven und Daniel. Das heißt, ja, Freitagabend bis Sonntagabend bin ich dann im Disneyland. Oder wir sind dann im Disneyland zusammen. Da freue ich mich drauf, wieder mit den beiden Jungs ein bisschen unterwegs zu sein. Das Wochenende drauf muss ich tatsächlich dann, äh, nach Deutschland am Wochenende. Denn, ja, ich wollte eigentlich dann nach Disneyland Paris wieder nach Deutschland fahren. Also ich wollte mit dem Auto ins Disneyland Paris fahren. Deswegen konnte ich übrigens auch beim letzten Mal Mitbring-Service anbieten, weil ich mit meinem Auto gefahren bin und auch die Zeit hatte für Mitbring-Service, das alles zu verpacken und zu verschicken. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Ähm, ähm, klar, so Pandora-Sachen oder so, die kleinen sind. Und, aber, ja, hauptsächlich werde ich jetzt keinen Mitbring-Service mehr anbieten können erst mal, weil ich die nächsten Male fliege oder mit dem TGW fahre tatsächlich. Ja, den habe ich auch schon gebucht, den TGW. Ähm, ja, also wie gesagt, das Wochenende drauf bin ich dann in Deutschland. Denn, ja, ich muss mal Klamotten tauschen. Denn ich habe hier noch sehr, sehr viele winterliche oder wärmere Sachen. Und es wird jetzt langsam wärmer draußen. Und ich brauche jetzt wieder bürotauglichere Outfits. Das heißt, ja, ich muss Klamotten tauschen. Deswegen fahre ich dann mal kurz Samstag, Sonntag nach Deutschland hin und zurück, aber mit dem Zug. Und, ähm, ja, am 14. ist auch Muttertag. Und, ähm, ja, meiner Mama ist das immer an solchen Tagen wichtig, dass ich da bin. Und deswegen, ja, bin ich dann kurz mal in Deutschland Klamotten tauschen, Koffer mal kurz wechseln. Und, ähm, ja, dann ist tatsächlich schon auch wieder eine kurze Woche auch bei uns. Denn wir haben auch Christi Himmelfahrt hier in der Schweiz. Und da habe ich es ja schon angeteasert. Und jetzt, komm, jetzt können wir es auch einfach sagen. Ähm, ich bin mit Brina unterwegs das Wochenende. Und wir machen eine Bayern-Tour. Und wir haben ganz, ganz tolle Parks und Sachen, die wir, ähm, erleben werden. So kann man das so sagen. Die wir geplant haben. Und zwar starten wir an Christi Himmelfahrt selbst im Bayern-Park. In dem Park war ich noch nicht. Das heißt, am 18. werden wir im Bayern-Park sein. Am 19. sind wir in der Therme Erding. Und am 20. und am 21. werden wir das Legoland besuchen. Ja, da freue ich mich sehr. War ich ja auch noch nie im Legoland. Therme Erding war ich ja schon mal an Weihnachten mit meinen Eltern. Das hat mir so gut gefallen. Und Brina war tatsächlich auch noch nicht da. Und deswegen dachte mir, Therme Erding ist super. Und ich kann mal den Außenbereich sehen. Ich hoffe nur, dass die Temperaturen anstimmen bis dahin. Ähm, und ja, Legoland, ähm, ich bin ja, wir waren ja tatsächlich auch eingeladen für Stefans Event, wo Daniela jetzt auch da war. Ähm, werden wir auch da sein, hätten wir da sein können. Aber wir hatten natürlich schon München gebucht mit Tickets. Und ja, das war leider vorher schon gebucht. Deswegen mussten wir Stefan da leider absagen. Aber dennoch können wir das Legoland trotzdem noch im Mai besuchen. Und ich bin sehr gespannt. Wir übernachten auch in einem Legoland Hotel. Ja. Und, äh, genau. Und darauf das Wochenende ist dann auch wieder Paris. Aber fast, fast gar kein Disneyland Paris tatsächlich. Ähm, ich glaube, da verrate ich jetzt noch nicht so viel. Da könnt ihr euch noch ein bisschen überraschen lassen. Wie gesagt, es wird wieder Paris. Aber nicht ganz so viel Disneyland. Also eigentlich nur ein Tag Disneyland. Und der Rest? Lasst euch überraschen. Und ja, und dann im Juni geht es auch wieder weiter. Wir haben also so viel geplant, äh, bis in den Juni rein. Ähm, zur Pride bin ich jetzt, äh, auch dann da mit Prina. Da geht die Leute, gehen wir dann mit den Prinzessinnen frühstücken. Äh, danke an eine liebe Followerin, die uns das ermöglicht hat. Ähm, nochmal an der Stelle. Ähm, ja, also es ist viel geplant in den nächsten Monaten. Ähm, freie Wochenenden habe ich jetzt aktuell nicht so viele. Vielleicht muss ich mir mal wieder ein paar freischaufeln. Jetzt, wo ich wieder arbeiten muss, ähm, brauche ich vielleicht ein paar entspanntere Wochenenden. Weil wenn ich unter der Woche zu Hause war, dann, äh, wollte ich am Wochenende halt irgendwas unternehmen und raus. Weil am Wochenende immer noch zu Hause sitzen. Das ging ja für mich dann gar nicht. Deswegen, ähm, ja, aber jetzt geht die, jetzt geht das harte Leben wieder los. Und, ähm, aber ich freue mich drauf. Also es wird sehr, ähm, sehr spannend werden. Ähm, ich mag die Firma. Ich mag, dass ich, äh, direkt am Flughafen wieder bin. Ich werde jeden Tag so viele Flugzeuge aus meinem Büro sehen können. Und, ähm, ja, ich bin, ich liebe ja die Aviation-Branche. Und, äh, ich freue mich dann da wieder, äh, zurück, äh, in dieser Branche arbeiten zu dürfen. Ja. Und das war's. Dieses komische, verrückte Enthüllungsvideo, sage ich mal. Das war's. Und, ähm, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir deinen Daumen nach oben. Da abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Spätestens im Disney in Paris. Ciao.